Musik Also bis er sich ausgerüstet hat, wenn man recht lange dauert bei den alten Leuten. Der alte Ritter, der wohl kein Kettenhemd anhat, der hat eine Stoffpolsterung an. Das liegt bloß darum, dass er recht arm ist. Er kann sich sowas nicht leisten, weil das relativ teuer war. Er kann sich überraschend sein.